hallo und herzlich willkommen zurück bei fallout 76 wir sind immer noch auf dem weg als anwärterin der mysterien was sich echt komisch anhört wenn man einen typen spielt letztes mal ist uns die ps4 version abgeschmiert ich habe ich spiele auf der ps4 pro das ist scheinbar alles immer ein bisschen unterschiedlich ich habe schon gelesen von leuten ist das noch gar nicht passiert mir ist es auch zum ersten mal passiert und ich habe dann aber auch wieder von leuten gelesen die zu zweit gespielt haben oder von jemanden gelesen den ist in fünf stunden das zwölf mal abgestatzt oder so ist halt wahrscheinlich unterschiedlich wir haben immer noch diese fuck level 16 super mutanten hier ich will aber diese scheiß mission machen trifft dich in lewisberg mit deiner mentorin uns wurde ja zufällig eine mentorin zugewiesen als anwärterin auf den titel herren der mysterien wahl terminal handscanner das ist bloß die frage wo sind die überall station lewisberg wo alter hier kann ich speichern hat er was zum handeln hallo das soll ein herz sein oder was ist für mich zum handel mit vorräten und ausrüstung autorisiert er hat auch 200 kohle mann roboter rüstung mit roboter rüstung mit tiefen taschen metallbarn kochherd schlagen sie unter leicht braun mariner rüstung der vorrat reicht tor so ok das steht dabei tor so sonst noch irgendwas leichtbau lackiere metall rüstung tasche lackiere mit was können wir den partner verkaufen zum handel mit vorräten autorisiert ja ja ist klar ist klar transfer ach so ja hier spieldergranaten molotov cocktails wer ist bäugern nein die schwitze jawohl die kann ich mitnehmen was mich nervt ich kann meine meine dinger ja nicht wegschmeißen verkaufen meine baupläne und die spezialnehmer jetzt mal mit was wollte ich jetzt was wollte ich jetzt skill skill muss ich nur ändern meisterhändler schlagen sie jetzt was ich sollte ich schlagen finde ich gut weil ich hasse dich immer noch dafür dass ich das letzte mal das habt ihr gar nicht sehen weil ich das heute rausgeschnitten habe wo ich das gerade aufnehmen spieldergranaten 14 das heißt wir verkaufen neun fünf stück reichen wir verkaufen die splittermine herr und baseballgranate ach ja kleidung passt alles so passt auch alles mad x weg damit red haben wir eigentlich alles red x verkaufen wir mal vier orange mentats kann auch weg gewürze 1 so haben wir ja eigentlich nichts mehr drin wir könnten hier noch was rausnehmen ich will die kohle immer noch zusammen bringen wir haben schon 24 jajajaja hilfsmittel ähm haben wir ja so nix drin musst du mich verarschen diverses oh gott bin ich blöd ich muss ja da rüber gehen meine fresse buff tats halbmittel behaltener hunde wurde in der dose behaltener mad x kann komplett raus der ein oder andere wird jetzt den kopf schütteln aber ich habe solche dinge noch nie benutzt noch nie in keinem fallout spiel ich bin eigentlich immer so zurecht gekommen hilfsmittel buff out suck buff tats mad x was war das 25 schadensrestern für 5 minuten diese 5 minuten bringen mir nix also vielleicht später aber jetzt halt nicht 40 finde ich gut und jetzt haben wir 529 jetzt ist die frage decken sie sich ein solange sie die möglichkeit haben lederrüstung lederrüstung es ist brust linkes bein rechtes bein rechter arm linker arm munition und andere vorräte sind hier verfittbar hä achso ja die wird naja unter notizen da metallbank roboterrüstung mit tiefen taschen ich will die haben das war es mir wert wenn sie vorräte ein zu tauschen haben helfsmittel ich habe noch irgendwas was ich dir reindrücken kann schnapp right ok meyerlöck dörr vielleicht ist sogar 7 wert hmm nein hör auf willkommen bürger ich bin zum ja passt schon passt schon jetzt müssen wir hier noch schnell was ablegen waffen so passt alles die wiegt 6 kg wir haben 2 jagdgewehre die spitzhacke passt so 5 5 gewürze können rein kürbiskuchen behalten kürbiskuchen behalten pfeffer kann komplett rein schmutziges wasser kann komplett rein das kann rein süßkuchen ok wir haben 124 gewicht 0,1 die könnten eigentlich alle wegschmeißen ich weiß die könnte man an andere spiele verkaufen aber komm dann die finden den scheiß da selber zack 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 das war's schon ok wir sind bereit wir sind bereit wir sind bereit wir sind bereit und was ist da risswerkbank ja ich habe jetzt den scheiß aber nicht dafür dabei ne ah fuck you nein nicht modifizieren ich will was ich will was nein auch nicht obwohl doch verwerten wir es gut ok verwerten wir fast gar nichts so jetzt herstellen können wir direkt aus unserem vorrat ziehen wo bist du das so hä ich habe das nein hör auf oh gott habe ich das abgelegt nö kann ich das noch gar nicht bauen kann das sein Helme Lederrüstung Kristall das kann ich erst auf 15 boah wahrscheinlich muss ich die Fähigkeit erst lernen scheiße aber wir müssen unser Zeug reparieren ah ja ja ich komme hier nicht weiter das Spielaufspiel 8 Minuten man die Zeit rennt bei dem Spiel einfach ich müsste eigentlich fast längere äh reparieren so aber die Waffen konnten wir jetzt nicht reparieren ne Alter wir müssen da rein shit man das ist bloß die Frage die große Frage ok sind da genau in der Nähe wo hier die Leiche liegt des Super Mutanten da läuft auch einer oh shit du wirst da geht weiter oh oh lauf schlampe lauf oh my god diesmal sehe ich wenigstens was was zur hell ist das sind jetzt kleine Bunker Bot Stop Terminal los schick die Bots los ja scheiße leck mich äh nein das sind mir jetzt alle gefolgt damit ich außen rum gehen kann ich will doch nur diese Quest weiter machen dass ich hier zu schwach bin ist wahrscheinlich klar fuck you oh oh Gott wie viele sind denn da ich glaube die liegt auch was ist das jetzt wo wo können die dort alle so schwach sein oh dass die sind die es ist sind auf wie Ich sollte einfach schießen. Nein, hör doch auf da hängen zu bleiben. Alter, wirst du mich doch jetzt verarschen, dass die auf die Entfernung mich noch treffen. Warum? Nein! Oh fuck, das sind überall verbrannte. Oh, finde ich gut, schlagt euch mit denen rum, ich gehe weiter. Ansonsten müssen wir diese Quest abhaken und müssen woanders schicken. Alter, du bist ein Verarschen, oder? Wie schnell ist der Reiz der Horror, Mann. Lass mich doch da hoch, Alter. Ich weiß, dass die da oben wahrscheinlich ist. Fuck you. Was? Ich seh nix mehr. Geschützerbereich, Geschützerbereich. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Oh mein Gott. Oh fuck, Meyer Lux. Warte mal, renn doch. Etzer. Ich muss kurz was auswählen können. Hören die auf? Geben die auf? Nein, geben sie nicht. Ich hab ne schöne Waffe für euch. Vielleicht hilft ihr die. Lauf weiter. Das ist doch scheiße. Das ist doch das. Mann. Ich muss erst mal was trinken. Ja, kleinen Flachpfeifen. Sind die da noch in der Nähe? Wo sind denn die hin? Was haben die Granatwerfer? Das ist doch scheiße. Kleines Arschloch. Ich will wirklich's eintöten, Alter. Damit ich... Oh oh. Was ist das? Das ist Arschloch. Kommt noch her. Blitzpiepehörser, komm. Komm, klickt euch mit mir an, ihr Arschgeigen. Ich will ein 16er killen. Ich will die Waffe haben von denen. Hey Arschloch. Was? Warum kommen die jetzt von der Seite? Warum ist da ein Birdie Bird? Hä? Oh fuck. Komm, dann holt mich, ihr Wichser. Komm schon. Ich bin eh schon stinkig. Oh Gott, lauf. Lauf, 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 lauf. Der hat doch gerade was angesiedelt, oder? Wo ist denn der? Oh ja, der Scheiße, der kommt, der ja. Wo ist der? Hä? Oh oh, ich hör den stampfen. Ja, da ist er. Äh. Ihr müsst mir helfen, hört auf mich abzuknallen. Oh Gott, ey, wenn ich triffe mich, wahrscheinlich du. Also, dass wenn er mich trifft, mich fast hin macht, ist schon mal klar. Ich bedenke noch, dass er gleich mit einem Schlag trug ist, Mann. Kleine Bastarde, was ist jetzt los, warum bist du ein 18er, Alter, geh weg, dance, dance, zack. Erwischt. Alter. Ich mein, es ist gut um sich zu leveln, aber leck mich am Arsch, Mann. Raketen? Das ist das Arschloch gewesen. Dieser elende Mistkerl. Der hat einen Raketenwerfer gehabt, deswegen bin ich zweimal so schnell verreckt. Oh, das war ein Molotov-Grobat, aber ich schieb's jetzt einfach mal da drauf. Du bist ein zweites Ur-Mutantverreckt. Da hab ich ihn an seinen Shell perforiert, Mann. Große Schraube, Schießpulver. Und da hinten ist der andere. Alter. Kronkorn, Baseballgranate, Schießpulver. Oh, die Splitter-Grobat sind gar nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Oh, also. Neuer Anlauf. Die Waffe ist ausgerüstet, ja. Die Shell ist auch ausgerüstet. Oh fuck, die hätt ich auch reparieren müssen. Und ich hab hier halt auch nur 23 Schuss. Aber ich hab jetzt 3, 4 so den Kämpfern gekillt, das heißt wir können eigentlich schauen, dass wir da reinkommen. Eigen. Ach, da ist doch schon wieder einer. Alter. Alter. Zoll. Boah, zu Hölle. Ja, komm her, gib mir noch eine Waffe Automatisches Impro-GW, wow Äh, laden wir noch, laden wir noch Oh, f**k Dreckliches Arschloch Ja, da ist bloß ein Impro-GW, wer dabei Ey, gut, ich ziehe doch nicht viel ab, sehe ich, ne? 13, wow, ablegen, ablegen Boah, alter Ich hätte die Granaten nicht verkaufen sollen, ich hasse mich gerade dafür Ich hätte es mir aber auch denken können Oh, scheiße Alter Alter Ja, doch da Was? F**k Kommt jetzt der kleine Spasti her Hallo? Hallo? Nein, nicht schon bitte Diese scheiß Granaten, alter Du hast keine Zeit zum Ausweichen Das macht aber bumm und du bist tot Fuck, super Mutanten, alter Scheißdreck Das geht unschrechen arschloch Abkommen, Alter Take moment Wir haben jetzt schon mal Donc,네 Çok land stabil